Musik Ich erkläre es gleich hier, nach dem Icken. Die zwei Icken kommen jetzt ja so zusammen. Ja, die haben dort zwei Ideen. Also jetzt haben wir ja so an der Icken. Der andere läuft raus und der läuft dort zu. Und von daher her müssen wir den aufstellen und den anderen zu tun. Und dann können wir das Tito anzeichnen. Musik 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 Hier kannst du einfach zusammendrücken und das ist gut. Ja. 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 Ja.